Nee. Kollege, was ist denn los? Ich warte seit 10 Minuten auf dich, ne? Entschuldigung. Du bist gerade wieder ein bisschen so cool, ne? Ich freue mich aber echt, nächste Woche dich zu sehen. Das geht heute Abend. Julian Brandt und Kai Havertz. Wiedersehen auf der internationalen Fußballbühne als Gegner. Drei Jahre lang haben sie gemeinsam für Bayer Leverkusen auf dem europäischen Parkett gespielt. Eine Zeit, in der sich abseits des Rasens eine Freundschaft entwickelt hat. Das hat ein bisschen gedauert zwischen mir und Kai, muss ich sagen. Wie lange hat das gedauert, Kai? Was sagst du, halbes Jahr? Der Juli ist halt so einer, der spricht nicht so gern mit den jungen Spielern. Der fühlt sich halt direkt als was Besseres. Deswegen hat es was gedauert. Ich musste auf den zuzugehen als 17-Jähriger. Du musst dir halt vorstellen, wenn du jetzt auch an Kai gleich so ein paar Fragen stellst und so, da ist auch immer viel Quatsch dabei, was er erzählt, weißt du. Ne, es hat ein bisschen gedauert und dann am Ende, ich weiß gar nicht, was so ... Es war jetzt nicht von einem auf den anderen Tag, sondern irgendwann waren wir einfach geile Typen, und dann haben wir nur noch gechillt. Wir sind natürlich beide Spieler wahrscheinlich, die so dieselbe Spielidee haben. Das ist halt auf der einen Seite so, wir verstehen uns halt einfach gut auf dem Platz. Und deswegen so erinnere ich mich persönlich auch immer gerne an die Zeit zurück. Eigentlich schon fast schade, wenn man so zurückguckt, weil wir eigentlich schon fast irgendwie zu wenig Zeit miteinander verbracht haben, die Wege auseinander gegangen. Bereits nach dem fünften Spieltag war klar, dass die Schwarz-Gelben und die Blues im Achtelfinale aufeinandertreffen können. Entsprechend gespannt haben die beiden Freunde die Auslosung verfolgt. Borussia Dortmund. Borussia will face Chelsea. Jule hat mir geschrieben, weil ich hatte Training, glaube ich, und dann bin ich so reingekommen und Jule hat mir dann irgendwie, ich habe dann so zehn Lachsmileys von dem bekommen oder so. Und dann erzählt er dir immer, dass ich mich nicht melde und so. Hier, das ist der beste Beweis. Weil wir haben vorher halt immer gealbert bei der Nationalmannschaft, so wäre geil, wenn wir gegeneinander spielen. Ja, und jetzt freuen wir uns, glaube ich, drauf. Heute Abend, Jule, schreib es mir mal, ne? Ja, wir treffen uns. Super. Aber danke nochmal, dass du mich warten lassen hast. Früher war es doch auch ein bisschen pünktlicher, alles, ne? Ja, komm, komm. Sehen wir uns. Alles klar, sehen wir uns. Ciao, ciao.